Uh la la, bei diesem Anblick haben unsere Gefühle definitiv Schweigepflicht. Doch ganz zurückhalten können wir uns dann doch nicht. Schlagersängerin Andrea Berg haut uns nämlich nicht nur Gesang, sondern auch Outfit-technisch mal wieder so richtig um. Bei einem ihrer Heimspielauftritte Ende Juli 2021 zeigt sich die 55-Jährige in einer kurzen Jeans-Shorts, die ja ausgesprochen gut steht und ihre sonnengeküssten, durchtrainierten Beine wunderbar zur Geltung bringt. Das weiße Häkeltop unterstreicht, wie knackig-braun die Sängerin ist. Dazu kombiniert sie eine ärmelose, lange Weste. Zu den bunten Federn im Haar passen die Franzen-Boots perfekt. Jeha! Ein richtig cooler Cowgirl-Auftritt, finden auch ihre Fans. Und die kriegen nicht genug von der Kult-Sängerin. Die 2000 zugelassenen Zuschauer feiern mit der gebürtigen Krefelderin und auch sie selbst kann ihre Gefühle nicht zum Schweigen bringen. Steh auf und tanz! Damit fasst die Sängerin den Abend für ihre Fans auf Instagram ziemlich gut zusammen.